Hallo YouTube, willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Wir sind im Firesign Stadion. Also beinahe. Und ich verkacke den Anfang. Hinter mir? Wow, wow, wow. Und ich habe fettes Maschinengewehr aufgenommen. Mit 240 Schuss. Die ich bis jetzt angesammelt habe. Also 220. Und es gibt, glaube ich, eine riesenfette Party. Dort leben sie wieder, obwohl ich von da gekommen bin. Mann, hier haben sie eine riesen Evakuierungsstelle aufgestellt, aber wie ihr seht, war es nicht so erfolgreich. Mann, daneben. Ja, eigentlich könnt ihr mich mal. Ich muss zum Stadion. Gut, es war auch nicht so, wenn ich hier 30 Tomas mitlaufen müsse. Nein, 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 nein. So, nein, 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 nein. Gib mir einen Kump. Okay, das ist gut. Nicht schlecht. Warte du. So, danke schön. Okay. So, bin ich endlich am Ziel. Danke. Was für ein... Na, danke. Okay. Nein, nein, nein. Nicht in so kurzer Zeit anfangen. Au. Einfach geradeaus. Einfach durch die Zombies. Ignorieren. Ist alles in Ordnung. Umgehen. Nicht gut. Nicht gut. Eigentlich. Oh nein. Nicht. Gar nicht. Gar nicht gut. Komm weg. Ich hab doch hier. Ah, da. Wo, wo? Wieso flackert hier alles? Nicht gut. Lass mich. Oh. Shit. Oh, shit, 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 shit. Geh weg. Du auch. Oh, Helikopter. Los, lass laufen. Ich komm, ich komm. Hey, Daryl. Over here. Geh, steig an. Oh, komm schon. Aber was wartest du? Dein Freund, du machst mich nervös. Schalten Sie die übrigen Weißer. Ja. Sie sind ja nur noch 400. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht so. Das war jetzt voll unnötig. Aber voll. Ah, Mist. Nein. Scheiß mich keiner an. Aber was macht der Pilot auch, ey? Ich komm, ey. Er fliegt ab. Ich halte mich gerade noch dran fest und zieh mich dann hoch. So wie in den Filmen immer. So. Gut. Noch einmal. Okay, okay. Okay. Fuck. Nein, nein, nein. Nein, nein. Urgh. Boah, endlich. Boah, endlich. Boah, endlich. Oh, komm schon. Ja, schlag den Wagen. Der ist ja eigentlich ein Grund. Ich kann es mal sehen. Aber ja, alles in Ordnung. Boah, hört das auf irgendwann auch gehen. Immer auf die Melonen zielen. So. Ach, dumm, nein. Geh zu dem Schraubchen, Darlene. Wenn wir den Schraubchen fangen wollen, dann... Ich komme losloslos. Hey, Junior. Change plan. Get in hier. Move. Komm, komm, in den Helikopter. Es gibt viel Platz. Nein, ich passe. Das ist nicht so weit wir wollen. Bitte. Prepare für Duster. Hang auf, Leute. Oh. Oh. Ja, nein. Oh, nein. Ich bin der einzige Mann, den du nie aufhörst. Ich danke herzlich für's Zusehen. Und ähm... Ich wünsche euch noch viel Spaß mit ein wenig Credits. Kann man die überspringen? Ja. Was haben wir bei den Extras? Relikte ansehen. Bei Verwendung gewährt Ihnen dieses Relikt bereits ab Spielstart, Zugriff auf die Armbrust und das Sturmgewehr. Ah, cool. Fernkampfwaffen schnell und präzise abfeuern. Auf Zustand und ihre Bewegungsgeschwindigkeit. Schließen Sie das Spiel einmal mit Noah in ihrer Gruppe ab, um diese Relikt freizuschalten. Aha, okay. Ja, wenn ich jeden gerettet hätte, dann hätte ich hier noch einige Extras mehr, die ich von Anfang an freischalten könnte. Ja, soviel dazu. Ähm, wie gesagt, danke fürs Zusehen und äh... Schönen Tag noch! Tschüss, YouTube!